Freunde, wie Sie wissen, heute sprechen wir über Heilkunde, also natürliche Heilkunde. Es gibt so viel. In den letzten Zeiten hat alles so stark verändert und wir haben unterschiedliche Gewohnheiten. Das Essen ist anders, die Arbeit ist anders und das Leben hat jetzt total verändert. Jetzt, also schläft man nicht zeitlich, man arbeitet auch manchmal in der Nacht und diese Weise wurde das total verändert. Also heute sprechen wir über die Medikamente, über die Therapien, über die Heilkunde. Es gibt unterschiedliche weltweit. Nach Kulturen gibt es auch unterschiedliche Heilkunde und man genießt, nicht genießt, also das ist nicht zu genießen, tut mir leid. Aber man leidet an Krankheiten und dann viele Schlücken, einfach pillen gegen diese Probleme. Daher gibt es auch dann leider Nebenwirkungen, neue Krankheiten gibt es da. Dann, die Menschen drehen sich jetzt wieder zurück und sie wollen ihre eigene Heilkunde akzeptieren. Jetzt wollen viele nicht mehr an Allopathie abhängen. Sie wollen nicht von Allopathie abhängen. Man sagt, Allopathie ist ja gut, aber wenn man eine Chirurgie braucht, wenn Operation gebraucht wird, dann sollten wir vielleicht Allopathie versuchen. Ansonsten gibt es so viele andere Heilkunden, zum Beispiel Ayurveda ist da, Yoga ist da und andere schon. Und Homöopathie ist auch da, Homöopathie kommt aus Deutschland, das wissen Sie vielleicht schon. Okay, wer beginnt? Wer sprichst da, Yoga? Haben Sie schon ambition, Recherchiert? Sind Sie auch ein großer Liebhaber von Homöopathie oder Ayurveda oder Sie sind nur für Allopathie? Was ist Dinkan-Gi? Ja, man, where will begin? Rishabh, bitte Sean. Hallo. Ja. Also, Es gibt nichts übernatürliches bei der Verhandlung, natürlicher Hausmitteln zur Behandlung, jäglicher Art von Krankheiten, Obst und Gemüse, so wie Kräuter und Gewürze würden empfohlen, um diese zu heilen. Und sie wurden auch als früheste Form von Arztmittel verwendet. Alte Gesellschaften haben diese Behandlungsformen angewendet, bis sie durch moderne Medikamente ersetzt wurden. Viele kehren jedoch immer noch der alten Art, der Behandlung von Krankheiten zurück. Da nachgewiesen wurde, dass sie mehr für Tyler beatet als ihre digit-freien Gegenstücke. Sie sind just Buhnstisch, sie sind Lise zu finden. Da natürliche Hausmitteln nur kreuter Genüse, Obst und Gewürze erfunden, ist das ein Fach, eines zu finden. Das ist für jede Art von geringfugigen Krankheiten geeignet ist. Sie sind viel effektiver. Natürliche Hausmitteln behandeln eine, natürliche Hausmitteln behandeln eine Vielzahl von kleiner Krankheiten, zum Beispiel Dingware und Knoblauch, Hornisch, kann lauter verschiedene Krankheiten heißen Heilen. Sie haben fast keine Nebenwirkungen. Und es gibt auch in der heutigen Welt, gibt es auch viele neue, viele neue Techniken. Die ersten, wird es erwähnen, akupunktur. Bei der akupunktur werden sehr, feine Nadeln, in der verschiedene Cupertile angefühlt. Es wird angenommen, dass die Nerven, diese Nerven und Muskeln stimuliert. Diese natürliche Schmerzlinder und Chemikalien freisetzen können. Und akupunktur wird hauptsächlich bei Kopfschmerzen oder chronischen Schmerzen angewendet, aber einige Menschen glauben, dass sie hilft, Symptome von deprotional und auszuständen so lindern. Die Saito-Werderische Erwähnen ist Aromatherapy. Bei der Aromatherapy, werden Jotharische Yola zur Heilung verwendet. Einige Menschen finden, dass Geruch aroma ist, die Yola ihnen hilft, sie entspannen, besser zu schlafen, schmerz zu lindern und schlechte Laune zu verbessern. Und die Yola können auch viele verschiedene Arten verwendet, zum Beispiel in Krims, Yolbrennen in die Haut einmassiert oder sogar von Tropfen in ein warmes Bad. Und dann kommt Ayurveda-Medizin. Diese basiert auf der alternativen Theorie und verwendet Medikamente aus Pflanzen und Mineralien, und das Gleis-Gebishter in Körper wiederherzustellen. Diese Ayurvedische Medizin umfasst auch Massagen und Panchakarma. Und dann haben wir Homopathy. Bei der Homopathy werden extreme verwendet natürliche Substanz und Behandlung von Körper körperlich- und geistigen Gesundheit Problemen verwendet, wie ich schon gesagt habe. Und diese sind heutzutage sehr effektiver, sehr effektiver. Und dann haben wir Meditation. Es gibt viele Meditationen aber allein zielen darauf ab, ihren Geist zu beruhigen und sie ihnen einen Zustand der Ruhe, Stille und Ruhe zu versetzen. Einige Arten der Meditation können auch Achtsamkeit beeinhalten. Und Meditation bei der Behandlung von Physikism Gesundheit Probleme wird sein ist. Finden viele Menschen sie hilfreich um Stress und Angstgefühl zu entspannen und zu bewältigen. Und dann haben wir eigentlich Yoga. Und Yoga ist eine indische kann man sagen indische Weg zum Tränen und das hilft um unseren Geist zu gesund halten und auch unsere Bewegung zu verbessern. Wir können auch unsere physische Körper Bewegung verbessern und die auch die sind Das ist die Traditionelle Kinesis-Medicine, Gesundheit System. Das akupunktur und chinesische Kräutermedicine, Heilmassage, Bewegungs- und Atmetherapie sowie Ernährungs- und Lebensmittelberatung umfasst. Es ist eines ältesten und ältesten Gesundheitssystems der Welt. Kann man abkurschen und TCM sagen und TCM ist ganzheitlich und konzentriert sie so viel auf die Preventionen von Krankheiten als auch auf die Behandlung. Und da habe ich gestern über Alexander-Technik in meinem Deutschbuch gelesen und ich möchte auch hier erwähnen. Die Alexander-Technik ist eine Reihe von Fähigkeiten, die helfen Verspannungen im Körper zu erkennen und Übungen bereitzustellen. Die helfen diese zu lösen und den Körper in einem ausgeglicheneren Zustand zurückzubringen. Die Alexander-Technik kann helfen, Schmerzen zu lindern, Stress abzubauen und die Haltung und die Art und Weise, wie sie sich bewegen, zu verbessern. Ja, also gibt es heute so viele Varianten zur Medikament. Und wenn jemand nicht englische Medikament und nicht nehmen will, dann kann man auch diese Varianten denken. Und das ist auch doch sehr hilfreich. Hilfreich und eigentlich, Indian ist unser Land und wir haben eigentlich die Ayurveda. Und viele neue Techniken entwickelt und das hilft uns jetzt. Und wir haben so viele Varianten. Außerdem die Medizinens. Ja, also wir sollen auch darauf achten. Und diese haben keine Nebenwirkungen, wie die englischen Medikamente. Also das ist alles von meiner Seite. Danke. Vielen lieben Dank. Ja, du hast wirklich sehr gut und sehr ausführlich erklärt. Es gibt so viele alternative Medizin. Und wir können auch nicht sagen, was eigentlich besser als die andere ist. Zur Zeit existiert auch keine allgemein akzeptierte Definition von Alternative Medizin. Aber das kann man sagen, das bedeutet Naturheilkunde und alternative Heilverfahren. Diese Methoden sind anders als Allopathie, kann man sagen. Ja, das sind normalerweise diese konventionelle Medizin und haben gute oder Wirksamkeit gegen Krankheiten. Ohne Nebenwirkungen muss man seit ewig in vielen Kulturen, in Indien auch natürlich, Ayurveda, Yoga hast du ja schon erwähnt. Naturheilverfahren bedeutet Wasserkuren oder Lichtkuren oder Luftkuren und in Deutschland Homöopathie ist sehr bekannt, Akkupunktur. Du hast ja wirklich sehr gut erklärt. Vielen lieben Dank nochmals. Okay, Freunde, wer ist jetzt dran? Rajen oder Suminder? Wer will jetzt weiter? Es ist wirklich toll. Man kann nicht ein paar Fragen an Englisch, Allopathie verfahren abhängen. Es gibt so viele Nachteile und wenn sie etwas heilen, dann bekommen wir gleich andere Probleme. Das ist wirklich sehr schlecht. Genau. Okay. Ja, sie haben erst, beginnest, vielleicht. Und sie haben erst, vielleicht besser als die andere Therapie. Welche Therapie soll man auswählen? Das hängt von diesen Torschen und die Krankheit ab, vielleicht. Alle Therapien sind sehr wichtig. Und das vielleicht ist ein Wahl von Person. Und vielleicht ein Wahl von Krankheit. Welche Krankheit nimmt welche Therapie? Das sollen wir vielleicht wissen. Dann können wir einfach diese Naturheilkunde und diese verschiedene Therapie auswählen. In Indien gibt es vielleicht heutzutage sechs verschiedene Syrstrom-Formatik-Zene. Eines ist Ayurveda. Dann haben wir Siddha. Dann haben wir Mani und Yoga. Kann man auch sagen Meditation. Und dann haben wir Naturheilkunde. Homöopathie, das haben wir schon. Und die beliebsten ist vielleicht Allopädie. Heutzutage bleiben viele Menschen an Allopädie. Und die zweite ist vielleicht Ayurveda. Das sollen wir auch nicht vergessen. Ayurveda und Homöopathie helfen uns auch in verschiedenen Krankheiten. Vielleicht sie haben verschiedene Arbeiten. Vielleicht Angaben. Wir können eine Therapie, zum Beispiel Ayurveda, mit anderen Therapien nicht verschwinden. Vielleicht, das denke ich. Und ja, ich denke, einer der älteste System von Medizin ist Ayurveda. Und ja, ich vielleicht persönlich mag ich Ayurveda am besten. Und da habe ich auch einmal erlebt. Beim Patanjali in Haritwaar, das ist ein Ort in Indien. Und beim Patanjali ist das sehr bekannt. Ayurveda. Vielleicht in Indien, die alten Damen haben viele Probleme bei der Bewegung. Vielleicht sie können nicht so einfach die Beinen bewegen. Sie haben vielleicht Knie schmerzen. Und vielleicht sie können nicht die Körper in der richtige Weise halten. Vielleicht nach einer Seite, nach der Hochzeit haben viele Damen diese Probleme. Und beim Patanjali gibt es eine Lösung. Vielleicht gibt es eine Therapie. Und meine Eltern haben das auch schon erlebt. Und das ist vielleicht sehr wirksam. Sehr, vielleicht, ich muss sagen, das ist sehr wirkungsreich. Die anderen sollen auch das probieren. Und das Therapie, in der man sich in der Schlamm, kann man sagen, Med, legen soll. Und das ist vielleicht nur ein Teil der Therapie. Gibt es eine große Therapie. Und ich habe den Namen von dieser Therapie vergessen. Aber das ist sehr hilfreich für die alten Damen. Sie die Körpernäste restigerweise bewegen können. Und ja, aber wir haben auch verschiedene andere Therapien, die wir schon in Indien benutzen. Die erste ist vielleicht Akkutektur. Da haben wir schon diskutiert. Das ist vielleicht eine traditionelle, synergische Methikung. Das kann man sagen. Viele Nadeln werden in dieser Therapie benutzt. Und vielleicht diese Nadeln werden in der Haut steckt. Und diese Nadeln vielleicht helfen den Menschen, um sich auszuruchen. Und dann haben wir auch Akkupressor. Das ist vielleicht ein Teil von Akkupunktur. Das ist auch eine synergische Methikung. Und vielleicht man drückt einige wichtigste Punkte auf Hände oder auf andere Körperteile. Und das hilft uns, um vielleicht Muskeln auszuruchen. Und vielleicht den Stress zwischen Muskeln zu reduzieren. Diese zwei Akkupunktur und Akkupressor helfen uns vielleicht, um den Stress zwischen Muskeln zu reduzieren. Und dann gibt es auch in Indien eine sehr bekannte Therapie. Das heißt Steinheilkunde oder Steintherapie. Und in Steintherapie, wir benutzen verschiedene Steine. Und diese verschiedenen Steine haben verschiedene Eigenschaften. Vielleicht verschiedene Energien. Und vielleicht haben sie eine große Wirkung auf zeitlich und geistig-emotionale Aspekte des Lebens. Und sie helfen vielleicht allgemein allen Teilen des Lebens. Die Steine helfen uns auch auszurufen und auch einige vielleicht körperliche Wiederkrankheiten. Und ja, Aromatherapie haben wir schon diskutiert. Und das habe ich auch einmal probiert. Das war wunderbar vielleicht. Und in diesem Therapie, wir mentionen, dass wir dann von Saal-Reich-Eohl gemacht haben. Und vielleicht Masseert. Und diese Eohl, wir dann von dem Haul, das ist mentioned, Absorbeert. Und vielleicht, diese Oil mit dem Blut. Sind mit dem Blut. Und diese Beide funktioniert in unserer Wehen. Und vielleicht, sie haben vielleicht eine heilende Wirkung auf unsere Körper. Und das hilft mir auch so. Ich habe das wie ein Spiel gemacht. Aber ja, das war vielleicht sehr hilfreich. Und Musik ist auch eine Therapie. Und da ist es auch blockiert. Da hilft uns auch auszurufen. Vielleicht durch Körbchörer hört mal Saal-Reiche. Vielleicht voll definierte Musik. Und gleichzeitig mag er vielleicht besonders Aktivitäten. Und diese sind auch voll definiert. Und diese sind vielleicht in einer Rhein-Fronte. Malzul die Gleise Musik mit den Gleise Aktivitäten machen. Dann vielleicht diese Musik Therapie. Dann vielleicht dann stress. Aber auch wenn die Gleise. Und das hilft uns auszurufen, vielleicht. Ja, das ist auch mehr Therapien. Aber ja, diese sind, genau für uns. Danke. Ja, diese sind genug für uns. Ja, wenn wir richtig, richtigerweise eine Therapie auswählen, wäre das vielleicht ja mehr als genug. Und wie du gesagt hast, dass bei uns Meditation, Yoga, es gibt so viele. Wenn wir im Voraus Gesundheit berücksichtigen wären, brauchen wir vielleicht nicht diese Therapien. Du hast Stress. Ja, wirklich. Aber das Leben hat so ganz verändert. Aber das Leben hat so ganz verändert, dass niemand hat Zeit. Alle sind in der Eile. Ungeduldig. Und Zeitmangel. Wir leiden leider daran. Und wir wollen plötzlich schnell einige Pillen schlucken. Und wir denken, egal wen Nebenwirkungen gibt es da. Ja, wir wissen auch, das wurde vielmal von Wissenschaft erwiesen, dass wenn wir so viele Pillen schlucken, gibt es viele Nebenwirkungen. Aber ist uns vielleicht egal. Wir denken nicht daran viel. Okay. Ja, nächste Person bitte. Schuminder. Ja, ich bin, ich würde mal sagen, dass ich bin der Laie in diesem Bereich. Ich weiß nicht so viel, wie die anderen schon gesagt haben, so ausführlich. Also nach meinen persönlichen Erfahrungen, das habe ich eingesehen, dass das hängt von der Erkrankung ab. Welche Behandlung soll man das unternehmen? Also nach meiner Meinung, wenn man an etwas ernsthaften Erkrankungen leidet, dann soll man einfach nach der Allopathie wenden. Und wenn man also die trivialen Erkrankungen, das meine ich Husten, Erkältung oder Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, dann kann man einfach, also die Hilfe von Homöopathie oder Ayurveda einfach nehmen. Weil ich glaube, in ernsthaften Erkrankungen können wir nicht die, also diese seriöse, was sagt man, also ich bekomme das Wort nicht. Also diese seriöse, okay, ich versuche mal das Später zu sprechen über dieses. Aber, na, also mein Bruder, er ist querschnittgelähmt. Und weder Allopathie noch Erkrankungen hat ihm geholfen. Also bei uns ist es so, dass wir haben alle diese Teile der Behandlungen versucht. Und nicht nur für ein, zwei, drei Monate, sondern für ein Jahr, zwei Jahre. Und es sind schon, also mehr als acht Jahre, also er ist einfach jetzt behindert. Und er ist querschnittgelähmt, kann ich nicht laufen. Und uns hat einfach, alle Behandlungen sind einfach vergeblich, nicht verfruchtbar. So, ich glaube, obwohl Wissenschaft hat sich sehr entwickelt, aber es gibt einige noch Erkrankungen, die noch nicht eine bessere Lösung hat. Und ich erwarte, dass vielleicht in der zukünftigen Zeit wird eine solche Behandlung, also erfolgreich an uns geboten wird. Und damit auch wir die, auch von diesen, also ailments, die wir noch nicht eine Lösung gehabt haben, davon daraus kommen und etwas erfolgreich haben. Das ist alles, also ich weiß nicht echt so genau so über dieses Thema. Nein, also wir wissen nicht, also das ist ja normal. Deshalb sind wir abhängig von Allopathie. Wenn wir diese Naturheilkunde, also besser kennenlernen könnten, dann vielleicht würden wir nicht mehr Allopathie benutzen. Mein Freund hat mir gesagt, dass es gibt unterschiedliche Probleme und sie sollten unterschiedlicherweise behandelt werden. Er sagt, dass, wenn wir Imbalance haben und Ungleichgewicht, Zum Beispiel unser Ayurved sagt, dass unser Körper, unser Körper ist aus, Moment, es gibt vielleicht hier ein Problem, okay. Unser Körper besteht aus Feuer, Wind, Akash, Erde und Wasser. Und wenn es ein bisschen im Balance ist, also Ungleichgewicht ist, dann hilft Ayurved am besten, weil Ayurved arbeitet an Pitsap oder Wath. Und wir im Alltag, wir essen einfach etwas und das verursacht dann Probleme. Also wenn wir mit Kopf und Wath kontrollieren wollen, dann ist Ayurveda am besten. Und wenn wir biochemische Probleme haben, zum Beispiel Herzproblem oder Kidney oder diese Basis, dafür ist vielleicht Homöopathie vielleicht besser. Und wenn wir Operation oder Chirurgie brauchen, dann ist Allopathie ein Muss. Wir müssen vielleicht das richtig verstehen, wie unser Körper funktioniert, welche Organe haben wir, wann Mangel haben wir, was für Mangel gibt es da. Aber wenn wir vielleicht den Körper ein bisschen besser verstehen, dann können wir auch besser handeln, dem Gemäß. Okay, ja. Hallo. Ja, Sie haben total recht, dass es gibt so viele Behandlungen, Methoden. Aber wir sind jetzt abhängig von Allopathie nur. Und ja, mit anderen Methoden, der ein Problem ist, dass die Behandlung dauert ein bisschen lange. Aber mit Allopathie ist es schnell und ja, die Wirkung ist schnell. Aber Allopathie hat ja so viele Nebenwirkungen auch. So in richtiger Weise eine Behandlung zu entscheiden, ist ja ein großes Problem. Und auch wir sind uns von allen Behandlungsmethoden bewusst, ja. Dann können wir entscheiden, welche Methoden ist richtig. Aber ja, jede Methode hat Nachteile oder Vorteile. Aber wir müssen erst besser verstehen und verstehen, wie wir fordern oder wir benötigen viel Information. Und etwas besser verstehen und dann können wir bessere Entscheidungen treffen. Und das ist ein Problem, ja, aber wie mir, das ist ein großes Thema und ein kompliziert auch. Ja, bitte. Ja, genau, wichtig. Es gibt so viel zu lernen. Und unsere Kinder heutzutage interessieren sich für alles. Sie wollen alles lernen, aber sie versuchten auf Basis. Und viele wollen nicht kochen. Kochen lernen kann vielleicht sehr viel helfen. Sie sollten vielleicht unsere Kirche recherchieren. Welche Gewürze gibt es da? Wie man Achar machen kann? Und ja, Anatomie. Sie sollten vielleicht Anatomie richtig lernen. Wie man, wie das funktioniert, wie man das richtig behandeln, wenn es Probleme gibt. Diese Basis, die Kinder lernen, können wir vielleicht helfen. Ich glaube, die Arbeit hat ja viele Vorteile und sehr stark. Aber im Laufe der Zeit hat diese Behandlung, die Mäthorin hat ja verloren, seine Kraft ein bisschen. Und wenn wir haben ja richtige Informationen oder Benutzen, wie müssen wir diese Methoden benutzen, in richtiger Weise. Dann diese, ja, die Behandlung, die Mäthorin kann wirklich wundern. Wunder, ich glaube, aber in letzter Zeit, wir haben keine Idee, wie wir diese Methoden in richtiger Weise benutzen. Das ist eine Behandlung, bitte. Genau. Aber ich glaube, es geht nicht um die richtige Information, sondern die Reaktion unserer Körper auf etwas. Wenn zum Beispiel viele von uns, wir reagieren so gut zu Allopathie oder Homöopathie. Also das hängt von Person zu Person ab. Also vielmals habe ich das gesehen, dass also die Allopathie hat nicht eine große Wirkung auf mich, sondern also Homöopathie schon. So ich glaube, dass es geht nicht um die Information, es geht um das, wie unser Körper aus etwas, also aus Ayurveda, Naturheilkunde, Homöopathie oder Allopathie wirkt. Das geht darum. Genau. Also nach meinem Augenblick glaube ich. Und ich habe manchmal von meinen Freunden das gehört. Die schämen nicht. Die schämen sich nicht. Die sagen das, ja, im Alltag, wir nehmen so viele Tabletten, das ist bei uns ganz normal. Mein Vater nimmt auch und er hat solche Krankheit. Und wenn ich frage, also was machen sie für die Gesundheit? Machen sie Yoga? Die sagen, nein, nein, das machen wir. Das ist langweilig. Sie sagen einfach, das ist langweilig. Oh mein Gott. Also das ist auch, ja, schade. Wir legen nicht Wert an etwas, wenn das kostenlos ist, wenn das einfach ist. Essen ist Assam. Aber wir denken, oh nein, es gibt kein Wunder. Wir suchen überall Wunder. Und wir wollen Geld verbringen. Das ist Unsinn. Ja. Ja, wie du schon gesagt hast, das Pilschlucken ist die einfachste Lösung. So das ist der einzige Weg, nach dem man, also heutzutage die Menschen, also suchen und sie folgen einfach nicht, was für selbst zu tun. Und ein Freund hat mir gesagt, dass, oh, bei uns ist kein Problem. Mein Vater arbeitet an einem Krankenhaus und wir bekommen die Pillen kostenlos. Ich habe ihm gesagt, aber der Körper gehört dir. Pillen bekommst du kostenlos, aber das kann ich nicht verstehen, mein Gott. Ja, okay. Aber ich sage hier auch hier ein Punkt, auch nochmal. Und ja, wir eine, ja, diese Tablet, ja, Pille nehmen, dann zum Beispiel Pinkler, Schmerzenpille. Dann diese ein Tablet, ja, suppresses whole, ja, Nervosystem. Nicht nur hier ein, ja, ein Auto, aber überall, es hat, ja, seine Wirkung und überall Körper, ja, ja, bitte. Genau. Mit alle Nebenwirkungen, ja. Ja, danke. Okay, Kunal ist auch da. Kunal, bitte schon, wir wollen das auch hören. Ja, guten Morgen, Aris. Wie wir schon diskutiert haben und vielleicht alle Punkten schon erwähnt, dass, warum Alopati ist sehr bekannt und warum es so beliebt ist und warum alle Menschen abhängig von Alopati vielleicht, wie Sie schon gesagt haben, wir haben nicht so viel Zeit und Ayurveda oder andere Methoden, man braucht viel Zeit, sich zu heilen. Deswegen vielleicht Alopati und in dieser Zeit, in dieser Corona-Krise, Alopati ist nur ein guter Heilstoff im Moment. Und deswegen vielleicht, was wir erreicht haben momentan, ist dank der Alopati. Nicht wegen der Ayurveda oder anderen Methoden. Und nach meiner Meinung, in meinem Fall, vielleicht eine Mischung wäre besser. Vielleicht Frau Suminder hat auch gesagt, für Serios- oder Ernsthaftkrankheiten sollten wir Alopati sich heilen und die anderen Kleinigkeiten sollten wir von Ayurveda oder die Methoden, die nicht Nebenwirkungen haben, benutzen. Genau. Wir haben keine Zeit für Naturheilkunde. Und an einem anderen Tag hast du, Kunal, gesagt, dass wir keine Zeit für Naturheilkunde, für Gesundheit, für Yoga, aber dann später wollen wir im Krankenhaus vielleicht ausruhen. Da können wir Jahre oder Monate verbringen. Das ist kein Problem. Geld müssen wir auch da ausgeben. Aber normal, bis wir krank sind, wollen wir nicht gern dafür was tun. Und man sagt, dass diese Menschen, wir haben keine Zeit auch für Experimentieren. Ja, das habe ich auch einmal gehört. Ich habe keine Zeit für Experimentieren. Und diese Ayurveda und Homö, sie experimentieren. Aber Alopati-Ärzte experimentieren auch. Sie experimentieren, sie geben einige Pillen und dann fragen, und sie fragen uns, was ist das Problem? Und wir sagen alles und dem Gemisch geben sie einige Pillen. Und dann sagen, bitte kommen sie nach sieben Tagen. Nach sieben Tagen gehen wir nochmals und dann geben sie andere Tabletten. Und dann nochmals nach zehn Tagen und dann noch andere Tabletten. Das ist auch doch Experiment. Vielleicht müssen wir auch das erlauben, ansonsten geht nicht. Und ich glaube, manchmal haben wir auch keine andere Auswahl, außer Alopatis zu auswählen. Weil im Fall der Kinder heutzutage ist es so, dass man so viele Impfungen nehmen soll. Und wenn man das nicht nimmt, dann sind die Eltern immer in Gefahr. Zum Beispiel Impfung gegen Keuschhusten, MMR, Rotavail-Virus. Also wenn wir das nicht an unseren Kindern geben, dann einfach sowas geht auch nicht. Und wenn die Kinder an etwas leiden, dann sind wir immer unter dem Druck, das ist vielleicht unser Fehler. Und wir sind schuldig, dass wir ihnen diese Impfungen nicht geboten haben. Und ich glaube, man hat also heutzutage keinen... Kann man von der Allopathie einfach nicht entrinnen? Alles klar. Ja, wir müssen... Ja, bis wir andere Lösungen haben, bis wir für andere Therapien besser sind, wir müssen Allopathie akzeptieren. Aber wir müssen auch die anderen Therapien vielleicht auskennen, damit wir vergleichen könnten oder... Ja, experimentieren könnten. Genau. Okay. Noch jemand? Wer ist dran? Wer will darüber sprechen? Bitte. Wir haben neue Kollegen auch heute. Novin ist da. Und jemand, ja, aus Jostreis war auch da. Okay? Er ist jetzt weg. Okay, kein Problem. Alles klar. Will jemand noch darüber sprechen? Oder das ist alles? Wirklich. Es ist toll, wir Anatomie lernen und ja, richtig diese unterschiedlichen Heilkunden. Natürlich, experimentieren können wir nicht viel, aber dann, wir müssen das lernen. Ansonsten vielleicht wäre es zu spät. Ja, Kunal. Ja, und ich möchte auch hier etwas sagen, dass vielleicht in diesem Bereich auch Geld spielt eine große Rolle. Die Ärzten, die die Studenten, die jetzt werden wollen, vielleicht auch nicht, weil sie wollen, weil sie nicht da viel Geld verdienen können, deswegen sie nicht einwieder lernen und deswegen, wir haben das Kenntnis, das Wissen existiert nicht im Moment. Und deswegen vielleicht in der kommenden Zeit, wir haben nichts im Namen der Ayurveda. Das wird nur in den Blättern bleiben. Das ist die Wahrheit vielleicht. Hier gilt es vielleicht auch eine große Rolle. Du hast recht. Also ich habe auch in meiner Familie einige Ärzte, meine Schwester ist auch Ärztin, ihr Mann auch. Ich war überrascht, wenn sie gesagt haben, dass Allopathie studiert man in den meisten Fällen für Geld. Ja, auch andere Berufe schon. Aber dann, sie haben gesagt, dass wir, wenn wir bei einem Krankenhaus arbeiten, dann bekommen wir auch Ziele, also monatliche Ziele, wir müssen die Kranken untersuchen lassen, egal, man braucht oder nicht. Okay? Sie wollen von einem Patienten, also durchschnittlich sowas verdienen. Und deshalb könnten sie weiter bezahlen. Sie haben gesagt, dass manchmal wir wissen, dass er braucht keine Untersuchung, aber trotzdem müssen wir A, B und X mindestens drei untersuchen müssen wir. Das ist ja schade. Und meine Schwester hat ein Krankenhaus deswegen verlassen. Also ihr wurde gesagt, dass mindestens drei, das sollte das Ziel sein. Sie hat gesagt, oh mein Gott, das geht nicht. Das ist ja schade, aber... Da stehe ich. Genau. Aber Geld ist ja andere Sache. Wir müssen unseren Körper und gesund bleiben, gesund halten. Und deshalb müssen wir richtig einige Sachen kennenlernen, lesen und selbst vielleicht heilen lassen. Ja, weil heutzutage also sind die meisten der Krankheiten. Die stammen aus der sezenden Lebensweise. Wenn wir etwas Echtes bleiben und versuchen, was immer diese physikalische Spreading zu machen, dann glaube ich nicht, dass sie also solche wir werden an solchen trivialen Erkrankungen Erkrankungen leiden. Genau. Okay. Good. Ja, Frau Kamla. Oh, Zitandr ist da. Ja, Schwerz Zitandr. Bitte. Ja, Frau Kamla hat ja, absolut ja, das ist ja, das ist ein Problem. Unsere Leben ist ein sehr wichtig probleme und wir leben unser Leben nicht in richtige Weise und dann bekommen wir ja, hier halten wir alle diese disease krank krankheit. Ja, bitte. Danke. Bitte schon. Ja. Hallo. Ja, bitte. Ja, also bis jetzt haben wir über die unterschiedliche Heilungsverfahren diskutiert und welche sind die Probleme darin und wie können wir welche Heilungsmittel oder welche Heilungs Verfahren verfahren entscheiden zu treffen und so weiter diskutiert. Also ich möchte eine andere Perspektive hier vorgeben. Wie können wir ab jetzt ja, ab jetzt wie können wir uns für eine neue Entscheidung treffen, so dass uns und für uns und für unsere künstlichen Generation so unter diesem negativen Verfahren leiden lassen. Also dafür habe ich einige Empfehlungen. Zum Beispiel ich habe für meine Tochter als sie ein Baby war als sie Baby war diese Haus Arzneimittel zum Haus haben wir diese von meiner Großmutter Oma hat mir etwas erzählt und mit diesen Wurzeln und andere sie sind nicht einfach Heilungskräfte aber das ist ein Lebewesen wir müssen unsere Lebewesen ändern oder wir müssen nach unseren Wurzeln hingehen wie wir als eine eine Ayurvedic Generation zwei Generation vor wie wir gelebt haben wir müssen das entdecken und unseren Lebewesen verändern und eng mit Natur leben wir sollten nicht jeden Tag im Biss essen essen wir sollten das einfach nicht völlig vermeiden aber etwas Besonderes sollte besonders sein einmal im Monat oder so ist das okay aber jeden Tag etwas zu im Biss essen und so weiter müssen wir vermeiden und wir müssen in unseren Wurzeln entdecken das ist mein mein vielen Dank richtig Sie haben Rest wir müssen unsere informieren Leben Lebensart ändern dann können wir natürlich vielleicht uns helfen ja sehr gut vielen lieben Dank das hat wirklich das Ziele erreicht wir haben viel notiert und ich war auch überrascht dass meine Freunde also unsere Kollegen so gut informiert sind sie kennen viele Therapien aus mir war viele Informationen neu vielen lieben Dank so benefitieren wir gegenseitig wenn wir über solche Themen diskutieren ja vielen lieben Dank Rasen Risha und alle Freunde ja ich möchte noch etwas fragen bitte gibt es viele Therapien sie sind vielleicht kostenlos zum Beispiel Aromatherapie und Musiktherapie so kann man diese Therapie zu Hause probieren gibt es einige Tipps oder wenn jemand das weiß dann würde ich gern hören die Therapie ja ja Frau Kamla sagt etwas vielleicht bitte ja ich habe es bemerkt dass Kost und Preis das ist Preis und Heilungskraft muss man nicht miteinander mischen ok so das ist meine Erfahrung und auch meine meine Perspektive dass wenn wir vom Anfang von Anfang etwas als positive halten dann brauchen wir keine keine Heilkraft oder diese Heilungs Mittel wir müssen uns so halten so leben dass wir sollten uns nicht von diesen Außen Wirkungen wirken lassen ja also wir müssen Meditation machen jeden Tag und nimm nur einen Tag vor uns ja wir müssen einen Tag annehmen und das völlig genießen und leben und in diesem Tag mache ich alles positiv wenn wir diese Verhalten unseren tagtäglichen Verhalten ändern das kostet nichts und wenn wir diese Corona Zeit ansehen können wir das heraus dass es vor uns Beweis gegeben dass wir brauchen kein Pizza jeden Tag wir brauchen keinen Arztbesuch in diesen 60 Tagen haben Arztbesuch so niedrig geworden dass die Krankenhäuser jetzt haben keinen Profit deswegen ist diese Corona Krise Zeit hat uns es so klar gemacht dass wir müssen für uns diese Lebewesen ein bisschen ändern sodass wir leiden unter diesen kranken Krankheiten weniger ja eine positive Einhalt dann ja also wir müssen nach dieser sogenannte Therapie nicht und über Kosten müssen wir gar nicht denken und ja ich würde auch etwas erwähnen hier ok ja also zum Beispiel früher wurde uns ja gesagt wenn wir zum Beispiel nicht richtig gehen oder richtig sitzen wir waren in Großfamilien und jeder konnte uns ja einrichten aber jetzt heutzutage die alle Menschen ja kümmern sich ja schon aber dann sie sagen nicht anderen und andere wollen das auch nicht gerne hören und es gibt so viele Sachen die wir rassen hat gefragt das sollten wir das lernen ja natürlich wir sollten immer alles lernen wenn wir nicht wissen weil kein master ist vom himmel gefallen wir wissen nicht heutzutage wie man massazieren sollte und vielleicht seit Monaten massazieren wir uns nicht und wir wissen nicht wie sollte man gehen wir wissen nicht wie sollten wir baden wie sollten wir einatmen das sind einfache Sachen das kostet nicht aber wir wissen trotzdem nicht viel davon wir sollten vielleicht ja Hilfe holen einen Rat holen im internet oder irgendwie es gibt Menschen die besser einatmen können es gibt Menschen sie wissen wie man zum Beispiel baden sollte mir wurde in der Kindheit gesagt dass wenn du badest dann solltest du einen Schluck Wasser im Mund haben und du badest ganze Zeit und dann nach dem Baden sollte das spüken ok diese weise es gibt kleine Kleinigkeiten und wenn wir baden dann sollte man zuerst Wasser auf Kopf fahren lassen und dann die Beine und dann am Ende vielleicht auf ganzen Körper es gibt so viele Kleinigkeiten die müssen wir lernen und das ist vielleicht Lebensart wie Frau Kamla gesagt hat diese Kleinigkeiten könnten uns auch helfen ja danke hier möchte ich etwas ein bisschen lustiges oder muss ich bemerkt haben aber erwähnen wir müssen auf jeden Fall Dr. Google vermeiden jeder ist heutzutage selbst ein Arzt geworden das ist dieser Punkt sollte ich erwähnen hier ja Dr. Google vermeiden bitte Dr. Google Google meinen sie ok wir googlen ganze Zeit und wir fragen ja nach alles ok also sie haben recht als ich schwanger war hat mir diese Ärztin gesagt also ab jetzt für neun Monaten musst du nicht am Google etwas surfen weil es gibt zahlreichende Informationen und wenn du das alles liest dann will dieser Weg nur Stress führen und was fühlst du jetzt ein Stress oder ein stresslos Leben dann habe ich mir das bestimmte gesagt ok jetzt aber trotzdem habe ich viel gesucht das ist neugier ist ein lebe wesen aber wir müssen eine bilanz dafür halten nur das habe ich gemeint ja wir haben recht alles klar sehr schön Freunde vielen lieben Dank für die diskussion wir treffen uns dann morgen vielen lieben Dank ja Schuminder will was sagen also darüber weiß ich nicht aber als ich während meinem Magister über Mozart gelesen habe habe ich das entdeckt dass wenn ein Kind seit der Kindheit also das musik von dem Mozart hört dann wird intelligente also weiß ich nicht ob es das wissenschaftlich also bestimmt ist oder nicht aber diese Wirkung sagt man Mozart Wirkung oder Mozart Effekt kann man auf Englisch sagen hier habe ich geschrieben meine Schwängerin macht Recherche darin sie ist Musiklehrerin und sie in Realität macht sie Recherche ok 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 und wenn sie damit Fetisch dann sagen sie uns Bescheid das Ergebnis von ihrer Recherche genau aber nur wenn sie damit fertig ist ja genau das ist auch keine große Herausforderung es gibt Wirkungen und das heilt auch es gibt Beweis darauf Ja aber was für ein Research ist das vielleicht ist das in Beziehung Therapie Musik Therapie oder was das hilft als Nebenwirkung und einige Raghers haben Wirkung gegen einige spezifische Krankheiten herausgefunden und sie hat eine zwei stundenlange Seminar Präsentation gemacht in Hyderabad sie wohnt in Kutchen in Kerala und in Hyderabad in diesem Seminar von Ärzten Ja Ärzten hat sie als ein Gast Seminar Leiterin diese diese Paper präsentiert und hat sie sie hat Beweis auch dafür das hilft als ein Neben das ist wie ein das hilft bei diesen Wirkungen und baut die Stress oder die Dauer von diesen Krankheiten ab und so weiter Ich kann die Ich kann sie fragen darüber und vielleicht like